Als vor über 10 Jahren Massif seinen unglaublichen Hype hatte, gab es sehr viel Hate. Denn viele wollten ihn nicht in Berlin sehen. Es gab gefühlt täglich Disstracks und Massif musste sich beinahe jeden Tag beweisen. Doch während er all das durchmachen musste, gab es einen Rapper, der an ihn geglaubt hat. Ohne Sido hätte er es wahrscheinlich noch schwerer in der Szene. Denn der Ex-Agro Berlin Rapper nahm ihn mit zu den Shows und hat ihn in den Musikvideos positioniert. Und dadurch bekam Massif zum ersten Mal Push in der Szene. Auf Instagram bedankte er sich nun offiziell bei Sido und zollte ihm Respekt. Übrigens hat allgemein Agro Berlin ihn damals extrem gepusht und auch so mit ihm Features gemacht, wie zum Beispiel Flair.